Hier öffnet es zum Beispiel eine kleine Plastikoffe. Super, sehr schön. Hier haben wir eine Plastikoffe. Hier haben wir eine Plastikoffe. Hier sehen wir einen kleinen Plastikoffe. Hier sehen wir einen Plastikoffe. Ja, mein Buch, das ist wirklich ein Leckerli-Verstück. Hier haben wir so eine kleine Dose, wo man den Deckel abheben muss. Hier gibt es auch so eine Klappballdose, wo man den Deckel aufziehen kann. Hier haben wir verschiedene Fenstiftassen und Geldböden. Hier haben wir die Klappballdose. 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 Hier sehen wir die Klappballdose. Das ist schön! Das ist schön! Das ist schön! Das ist schön! Das ist schön!